Hallöchen, ich habe diesen Digitalisierer mal auseinander genommen. Ich will euch mal was zeigen mit den Kabeln hier. Was tut das? Ich weiß nicht, ich kann das nicht sehen richtig. Kann ich das mal rauszoomen? Wie schafft sie das? Ihr seht hier, da sind die Kabel einfach nur so einfach einzeln dran gelötet am Tonkopf. Ich habe das schon so weit freigepoolt. Das ist nicht so, ja, geil. Hier ist das geschirmte Kabel und da ist dieser Schalter, den ich gesagt habe, oder was? Das ist ein direkter Schalter. Der wird da auch umgeschalten. Ich versuche das mal zu zeigen. Also muss ich jetzt Play drücken. Geht nicht. Jetzt drücke ich mal Dings. Jetzt schaut mal. Jetzt geht er hin und schaltet ihn um. So. Das ist das Erste. Dann war hier hinten das Kabel, Motor und das Audiokabel so zusammen rumgedreht und so auf die Platine drauf. Die habe ich natürlich ab. Jetzt will ich mal den Motor umdrehen. Umdrehen. Kann ich umdrehen, dass die Kabel nicht auf dieser Seite rauskommen, sondern auf der anderen Seite. Der ist ja hier nur mit zwei Schrauben fest. Ich hoffe, das klappt so. Müsste aber passen. Dass die Kabel kürzer kommen und sie dann hier direkt auf die Platine draufgehen und gar nicht erst mehr so weit zusammen mit auf diesem Audiokabel sind. Hier oben, das will ich auch mal versuchen zu ändern. Ich habe schon mal geguckt. Ich habe leider nicht gefunden. Ich weiß, ich habe noch irgendwo gehabt. Ich habe es nicht gefunden. Irgendwie so ein geschirmtes Kabel hier. So ein dünnes. Von irgendeiner Kamera, die ich vor längerer Zeit mal auseinandergerissen habe. Ich habe es aber nicht gefunden. Das wäre ideal, wenn ich das hier gehabt hätte hierfür. Das ist nämlich aber hier so ein... Das war mal so ein... Headset, Kabel, Gedöns hier, Innenohrhörer, bla bla bla. Dann nehme ich jetzt so eins hier. Zweimal nebeneinander. Einmal links, einmal rechts. Also Seite 1, Seite 2. Achso, das seht ihr gar nicht. Hier so. Seite 1, Seite 2. Zwei nebeneinander. Und dann hier hinten auf den Schalter drauf. Das sollte vielleicht ein bisschen besser gehen. Mit der Platine. Ich habe schon mal geguckt. Also viel ist nicht drauf. Ich suche mal ein bisschen raus. Das hier ist ein IC. Das kann ich googeln. Das habe ich auch. Das ist ein kompletter Controller-Chip für Audio, Volume, Motorgeschwindigkeit, alles mögliche. und gleich Preamp für den Kopfhörer. Das wird der ADC sein. Analog-Digital-Konverter. Aber da ist nicht eine Beschriftung drauf. Wir haben den abgeschliffen, was aber nicht so aussieht. Oder es ist echt keine Beschriftung drauf. Jetzt will ich nochmal gucken mit dem Motor. Der wird... Ja, hier sind ja alle Gummikram. Der wird einmal hier und einmal da angeschlossen. Mal gucken, ob ich noch ein 100-Nano-Fahrrad oder was Kondensator habe und damit parallel hänge, dass vielleicht die Störungen mit rauskommen. Hier ist Audio. Das geht wahrscheinlich hier mit rein. Das Audio kommt wieder raus und geht hier mit auf den Chip. Weil ich kann ja mit über die Volume das ändern. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich meine Lupe habe, die habe ich jetzt auch nicht gefunden. Ich habe ja den Tisch irgendwie freigeräumt gehabt letztens. Und jetzt ist die Lupe weg. Aber wenn ich sie finde, will ich mal gucken, ob ich das rausfinde, die Audio Out mit Audio In hier, was da angebaut ist. Vielleicht kriege ich da auch nochmal irgendwie was geändert. Das muss ich mal gucken. Vielleicht läuft es dann ein bisschen besser. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum der einen Preamp braucht, der hier. Ich will mal gucken, ob das mit den Widerständen zusammenhängt. Ich kann das so jetzt mit bloßem Auge kaum erkennen. Wenn die Widerstände das so weit ablocken, dass ich hier echt wirklich fast volle Kanne Power geben muss, damit das hier hinhaut, weil es wird ja als Mikrofon irre erkannt, dass ich das eventuell abklemme und den Audio Kram direkt auf den Tonkopf gebe. Wie der Dennis meinte, mit Kampffilter habe ich jetzt im Groben und Ganzen hier nicht finden können, weil hier ist ein, ich versuche es mal zu zeigen, hier ist der eine Ausgang vom Tonkopf, hier drauf. Der geht direkt auf den Chip. Da ist aber kein Kampffilter, nichts drin. Das ist ein Universalchip für Radio- und Kassettengedönse. Natürlich kann das hier hinten noch mit dran liegen, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Wie gesagt, ich kann es nicht direkt sehen. Aber hier geht das direkt drauf. Und das geht ja hier wieder irgendwo raus und geht dann in die Richtung. Ich muss gucken. Ich muss es wirklich genau sehen, mir angucken. Vielleicht ist wirklich hier nur irgendwie über Kondensatoren oder Widerstände oder was auch immer, das Signal so abgeschwächt worden, dass der Chip jetzt wirklich ein Line-Level braucht, beziehungsweise hier über Kopfhörer, den hohen Level, dass ich das vielleicht umändere, nicht über den Chip hier raus, da rein, sondern direkt vom Tonkopf her gesehen, weil mehr macht er nicht, Audio in, Verstärkung, Audio raus, dass ich das wirklich von da direkt da raufgebe. Ich kann es mir nur angucken, ich weiß es nicht. Aber erstmal will ich, wie gesagt, hier das mit dem Motor ändern, dass die Leitung hier erstmal ein ganzes Ende kürzer wird, weil das hier neben den Audiokabeln, in der, macht man nicht, eigentlich nicht. Vom Laufwerk her gesehen, ist das eigentlich okay. Ist kein High-End, aber das Laufwerk an sich ist eigentlich soweit okay, bis auf das hier mit dem Tonkopf, das ist ein bisschen öh, wie das hier mit dem Schalter, ob das damit noch mit zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber sonst ist das Laufwerk an sich soweit okay. Was ich gesehen habe, von der Geschwindigkeit her hat es gepasst. Und ja, die Schwungmasse ist ein bisschen außer dem Cent heraus. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Deswegen dieses Flattern aber 0,4 bis 0,6 ist eigentlich noch vertretbar. viele Kassetten-Decks sind auch nicht besser. Das hier kann ich gar nicht genau sagen. Ja, da war wieder. Ich muss mal gucken, ob ich das sehen kann. Das ist auch so. Es sollte vielleicht hinhauen. Das ist natürlich nicht perfekt, das ist klar, aber vielleicht kann man das Ding ja noch ein ganzes Ende verbessern. Man weiß es nicht. Zumindest ich weiß es nicht. Eventuell, soweit ich das gesehen habe, die Masse vom Tonkopf vielleicht noch mit auf das Gehäuse hier legen, falls die nicht verbunden ist. Ich kann ja mal gucken. Ne. Die Masse ist nicht mit auf dem Tonkopf verbunden. Sonst habe ich hier das Licht umgeschalten. Also wie gesagt, ich werde es mal versuchen, wenn es vielleicht ein bisschen Besserung gibt, die Masse mit auf das Chassis hier zu legen. Mache ich das. Wenn nicht, dann lasse ich es wieder weg. Aber erstmal will ich hier diese einzelnen Kabel, die hier so einfach einzeln... sowas macht man doch nicht mit mit Audiokram. Warum haben die denn nicht zwei von diesen Kabeln noch benutzt? Wenn sie das schon benutzen, dann können sie das doch hier auch weitermachen. Naja. Was soll's. Ich werde mal mein Glück versuchen. Und werde mich dann mal melden. Bis später. So. Nun habe ich das soweit fertig. Ich hoffe, man kann das sehen mit zwei von diesen Kabeln. Es klappt auch, wenn es drinne ist. Im Moment liegt der jetzt hier ein bisschen auf der Rolle drauf. Das ist eine Kabel, aber das kriege ich hin. Motor habe ich jetzt hier auch. Kabel nach da gelegt. dass das gar nicht erst hier hinten rumläuft. Hier rüber. Zur Platine. Und das kommt ja nachher oben drüber. Ich habe eben noch was gesehen. Ich habe das auch schon ausgepiept. Ist mir gar nicht aufgefallen. Da ist zwischen Masse und dem linken Kanal ein Kondensator verbaut. Da. Zwischengelötet. Bei dem anderen habe ich keinen gesehen. Beim Ablöten. Aber den habe ich jetzt gesehen. Ich werde den mal wegnehmen. Und versuche den mal auszumessen, wie groß der ist. Weil das sieht ja auch sehr eigenartig aus. Vielleicht mache ich dann da auch noch mal zwei andere rein. Also das sieht jetzt sehr eigenartig aus, dass da noch ein Kondensator zwischen hängt. Auf nur einem rüber. Da müsste er auf zwei rüber gehen. Wenn ich jetzt hier so gucke. Ein Kondensator auf den Eingang. Und Masse. sieht so aus. Hier wäre ein Kondensator zwischen. Moment. Das sieht jetzt echt. Da ist Masse und ein Kondensator. Da ist auch ein Kondensator. Warum ist jetzt nicht hier zwischen ein Kondensator? Was sagt jetzt hier? Na? Eben hat er was angezeigt von sieben. kann er nicht messen. 28. Was war das eben? Könner auch nicht. Versuch zwischen Milly und Mikrofahrer zu messen. Das ist jetzt eigenartig. Kann er nicht. Kann er nicht. Kann er nicht messen. Na, ich lasse ihn mal zwischen. Vielleicht hat es ja doch noch eine Bewandtnis. Mal schauen. Ansonsten kommt er noch mit weg. Mal schauen. Muss ich mal gucken. Aber soweit ist das jetzt hier zusammen. Ich werde das mal versuchen wieder zusammen zu bauen nachher. Und dann melde ich mich wieder. So, dann bin ich wieder da. Dann habe ich das Ding so zusammen. Nein. Es brummt schon. Allein, wenn ich nur Strom drauf gebe, ohne dass der Motor drauf ist, ohne dass die Kassette läuft, ist ein Brummen drauf. Mit dem hier wird ein Rauschen richtig drauf. Mit dem Kopfhörer Ausgang. Ich habe wirklich geguckt. Wenn ich einen Motor dran habe, ja, dann hört man den Motor auch laufen. Ich habe versucht mit einigen Keramik Kondensatoren hier von Masse nach da und so weiter. Wenn ich die Masse von da nach da verbinde, ist der Ton komplett weg. Jetzt habe ich noch eine Sache. Wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe, ich weiß jetzt nicht, ob das von der Lautstärke her so ist oder nicht. Jedenfalls wenn er in eine Richtung läuft und ich höre es und er läuft dann wieder in die andere Richtung höre ich nichts, weil auf der Seite ist nichts drauf, aber ich höre ein ganz leise Piepen. Irgendwie geht das mit drüber. Entweder ich habe da was falsch verkabelt oder was oder ich habe da noch irgendwo einen Kurzschluss drin, aber es ist ja nur ganz leise. Oder stimmt jetzt die 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 sag schnell wie komme ich zum Band hin passt. Aber nee eigentlich dürfte es nicht. Ich habe da ja nichts verstellt. Ich habe da nichts weiter gedreht an den Schrauben. Ich kann jetzt höchstens wirklich nur irgendwie an den Kabel liegen, dass er da noch irgendwo mit rankommt, wo er nicht mit rankommen soll. Und ich habe auch schon meine Lupe gefunden. Ach komm Nu geht doch ab da. Ich habe schon was gesehen. Mano ja ich weiß jetzt wieder hier auf Kamera klappt das wieder nicht so wie ich es will. So und zwar sobald hier mit dem hier mit den beiden Kabeln das ist ein Taster da Saft auf die Platine kommt beziehungsweise er den Motor einschalten soll fängt an zu brummen. Es ist ohne den schalter habe ich schon ausprobiert der ad wandler aktiv soweit ich das jetzt heraus gekriegt hatte ich hatte nämlich usb drin mit der hand gedreht und da hatte ich dann signal gehabt so und jetzt habe ich nämlich mal geguckt ich zoome euch mal drauf ich hoffe das klappt so geht noch ein ticken ja geht noch und zwar das audio das kommt hier irgendwo hinten raus geht hier hoch und geht dann auf den kopfhörer geht aber von diesen beiden hier mit dings durch kontaktierung hier mit auf den ausgang von dem chip über zwei dioden mit 200 223 ist dann 22 kilo mit 22 kilo oben in reihe nicht parallel also das signal geht da durch 220 kilo ohm hier nochmal rum dann auf 10 kilo auf den 10 kilo um der zu masse geht dann nochmal auf den kondensator der auf masse geht und dann nochmal über kondensatoren dc blocken auf den ad zweimal so 22 kilo ist schon ganz schön viel und 10 kilo noch dazu das ist ja eigentlich schon relativ viel wenn die ganze k wenn der ganze kram nicht so winzig klein wäre wäre es einfacher aber ich will man nachher mal versuchen ich kann ja die zwei dioden die spulen mal raus nehmen ob das brummen dann weg ist weil ich denke mal das kommt aus diesem chip hier jetzt nur die platine hier nehmen der chip ist aktiv das habe ich mir nicht gedacht aber wenn ich die platine weiterhin strom gebe spricht das ic mit dem ganzen kram hier noch mit dran handel sprich dem motor läuft der ganze kram so heißt ich muss wirklich mal versuchen die zwei dinge hier weg zu löten das ist ganz leise hier vorne da ist laut und da könnte ich jetzt wirklich mal versuchen von hier von dem tonkopf direkt darauf zu gehen das könnte ich mal versuchen da irgendwie mal nur mal ein kabel drüber löten massemäßig weiß ich gar nicht wie ich das mit der masse hinkrieg muss ich mal schauen aber so ist er relativ ruhig wenn ich jetzt hier so gucke ist minus also in den höheren höheren tönen oder höheren frequenzen minus 95 db und bei den ganz tiefen frequenzen ich schätze mal so 0 bis weiß ich nicht 200 hertz minus 85 db also das ist nichts hörbares in dem sinne das ist eigentlich so gut wie gar nichts gut wie gesagt ich werde jetzt mal kurz probieren von den den tonkopf hier das könnte ich theoretisch auch gleich mal so ausprobieren ohne ohne ganze platine zieh das mal raus brauche ja jetzt kein motor und nichts ich nehme jetzt einfach mal nur den linken kanal ist ja egal den kann ich einmal da so anlöten oder auch nicht ja das video wird ein bisschen länger ist egal so eine fette kugel drauf ist egal ich komme hier so einmal ich mache mal die Masse jetzt einfach mal von der Seite drauf so so kann ja gar nicht funktionieren sogar keine kassette drin so was zu hören aber ganz leise schade gut das kann natürlich jetzt mit der masse zusammen liegen weil die irgendwo anders dran moment wo ist die pinzette da ne ne tut es nicht go in here gut das klappt nicht schade hätte ja sein können wie könnte ich das jetzt machen eigentlich weil dieses brummen und pfeifen und rauschen da drin das bringt nichts ich dachte das wäre wirklich schon mikrofoneingang aber nein ja wie gesagt der adc an sich ist gar nicht so verkehrt nur wenn das ding hier strom kriegt der kreis dann kriegt der störstörung rein ohne ende um braucht wirklich ein sachschnell ein line level also ein wirklich starkes signal sonst geht das nicht verdammt also wirklich ja ich weiß es ist billig aufgebaut das billigste vom billigsten und kann man nichts tun aber der adc hier drauf der ist meines erachtens gar nicht mal so schlecht weil wenn ich den strom gebe ist der aktiv also über über usb der hat am eingang sein signal halter was er dann umwandelt und da ist nichts drauf der rest kommt da drüber das ist der der bärkram also das hier mit dem hier wird nix ich hatte noch eine idee und das werde ich glaube ich in meinem sony machen weil das ist gar nicht mal so verkehrt das ist nämlich einfacher dann spare ich mir nämlich den weg über die soundkarte und zwar das hier den adc den reinen adc den ganzen anderen kram brauche ich ja nicht mit an meinen sony rein zu machen dass ich damit auch über usb digitalisieren kann dann spare ich mir den weg über die soundkarte das kann ich machen der hat einen kopfhörerausgang da ist ein ziemlich lauter pegel drauf das sollte passen wenn ich von da aus darauf gehen dann sollte das funktionieren dann habe ich einen usb anschluss an meinem kassettendeck ich sag mal so das laufwerk an sich hier ist ja nicht so verkehrt habe ich ja schon gesagt aber was nützt mir das wenn hier der mut die motorsteuerung und sound bla bla so schrottig grottig das bringt nichts gut war ein versuch war ja war wirklich nur ein reiner versuch und mal ein test ob das hinhaut gut dann danke fürs zugucken mal gucken wie ich das zusammenschneide wenn es zu lang geworden ist entschuldigung aber bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal